Hallo bei den Spielzeugtestern! Es ist Tag zwölf, das bedeutet morgen habe ich Geburtstag. Ich freue mich schon richtig auf morgen. Meinst du, kriegst du überhaupt was geschenkt? Ja. Definitiv kein Milchgetränkpulver. Weißt du, was ich meine? Das von gestern. Weiß ich nicht. Es sind Ringe. Ringe? Ringe. Magneten. Ich erinnere mich. Ja. Die musst du mal auspacken, weil ich habe keine Ahnung, wie die gehen. Achso, zeig uns vorher nochmal. Warte, als erstes erstmal Danke. Bitteschön. Das sind drei Ringe. Wir kommen mal näher. Magnetios. Magnetios. Hinten ist, glaube ich, auch eine Bedienungsanleitung drauf. Auf dem Boden ist eine Bedienungsanleitung. Ah. B. Kannst du die auseinander nehmen? Ah, tatsächlich. Okay, das ist so ein Fidget, ne? So wie damals die Fidget Spinner. Nur drei Stück. Ja. Kennt ihr sowas? Schätze, es geht zum Beispiel so. Ich glaube, das kriege ich gar nicht hin. Mit meinen Wurstfingern würde ich da meine Finger gar nicht reinkriegen. Doch. Probier es doch mal aus. Es passt doch. Warte. Einer da. Oh, der steckt fest. Siehst du? Der steckt nicht fest. Doch. Warte. Äh. Äh. Ja, da geht's. Aber die drehen können die sich nicht. Doch können die. Ja, was soll ich jetzt machen? Warte. Ich kann das nicht. Du musst einfach... Anna, meine Finger sind einfach zu dick. Ja, und jetzt kann ich hin und her wackeln damit. Super. Ich glaube, das ist tatsächlich für Kinderhände gedacht. Ja. Schmeiß weg. Ich denke, ich muss es erstmal noch ausprobieren und richtig lernen. Ja, ich glaube auch. Und morgen kommt schon mein letztes Geschenk. Naja, aber dafür kriegst du ja dann auch noch ein paar mehr andere. Warte. Eventuell. Jo, aber ich glaube, für so ist es nicht gedacht. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Wir sehen uns morgen wieder für das letzte Päckchen. Und dein Geburtstag. Achso, wann? Warte mal. Morgen ist ja Donnerstag. Das heißt, das Geburtstagsvideo, die Frage wird bestimmt auch wieder kommen. Das wird es dann Samstag geben. Ganz normal Samstag um 9. Ja. Tschüss! PhD ��